So, hier das Training 1 von 3 zum Thema Schaltungen analysieren. Die Schaltungen sind in allen drei Trainings ähnlich aufgebaut. Wir haben verschiedene Widerstände, hier R1 und R2, eine Sicherung F, eine Batterie, einen Schalter und verschiedene Messpunkte in meinem System. Das sind die Messpunkte, bei denen wir mit unserem Voltmeter positives Potenzial abgreifen. Und hier dieser Messpunkt, da soll praktisch der Masseanschluss im Fahrzeug, die Karosserie oder ein anderer beliebiger Massepunkt dargestellt sein. Hier oben immer die gegebenen Werte, in unserem Fall jetzt hier 12 Volt Batteriespannung, 2 Ohm für R1 und 10 Ohm für R2. So, ermittelt werden sollen jetzt die verbleibenden physikalischen Größen in diesem Stromkreis. Ihr könnt das jetzt selber versuchen und das Video anhalten. Oder aber ihr schaut direkt, welche Lösung sich hier ergibt. Und ja, ich lege praktisch direkt los. Das ist in diesem ersten Fall relativ simpel. Wir haben hier eine Reihenschaltung von zwei Widerständen. Der Gesamtwiderstand ergibt sich zu 12 Volt. Der Gesamtstrom, I gleich U geteilt durch R, also 12 Volt geteilt durch 10 Ohm, ist 1 Ampere. Der Strom ist in der Reihenschaltung überall gleich, also I2 1 Ampere, I Gesamt 1 Ampere. Die Spannungsabfälle machen immer ein wenig Kummer. Der erste Spannungsabfall ist allerdings sehr einfach. U ist ja immer R mal I. Und wenn in dieser Schaltung oder bei diesem Abgriff der Spannung der Widerstand 0 ist, dann muss das Produkt aus R mal I auch 0 sein. Entsprechend verhält sich das natürlich beim Schalter, der ja hier geschlossen ist. Auch hier ist der Spannungsabfall natürlich 0 Volt. Die Spannungsabfälle an den beiden Widerständen können wir berechnen, indem wir den jeweiligen Widerstand mit der Stromstärke multiplizieren. In unserem Fall also 2 Ohm mal 1 Ampere gibt 2 Volt. Und 10 Ohm mal 10 Ampere geben einen Spannungsabfall von 10 Volt. Stellt euch nun vor, ihr hättet ein Multimeter, ein Voltmeter und würdet dieses Voltmeter mit der negativen Klemme an den Messpunkt, an dem blau dargestellten Messpunkt, hier direkt an der Batteriemasse, irgendwo im Auto eben an die Karosserie anbringen. Man könnte sich alternativ auch eine Prüflampe vorstellen. Und jetzt greift ihr an den Punkten A, B, C und D die jeweiligen Spannungspotenziale ab. Dann sind wir uns sicher einig, am Punkt A haben wir keinen Potenzialunterschied. Beides ist Masse. Der Punkt B, dafür gilt das Gleiche. Und für den Punkt D gilt ebenfalls, dass wir hier Masse haben. Wenn ihr euch vorstellt, wir messen doch hier am Punkt C gegen diesen Messpunkt und nichts anderes als hier oben mit diesem Voltmeter UR2, dass der einzige Unterschied ist, dass hier noch eine Leitung dazwischen ist. Also wird der Spannungsabfall doch dann vermutlich auch 10 Volt betragen. Das heißt also A 0 Volt, B 0 Volt, C 10 Volt, D 0 Volt. Gut, schauen wir uns eine zweite Schaltung an. Etwas komplizierter auf den ersten Blick. Aber wir sehen, der Schalter ist hier geöffnet. Wenn der Schalter geöffnet ist, dann wissen wir, es wird kein Strom fließen. Wir wissen dann eigentlich auch, die Spannungsabfälle U gleich R mal I müssen dann im Grunde genommen an allen Widerständen 0 Volt betragen. Wir schauen uns das im Detail an und gehen dabei formal sauber vor. Bei einer solchen gemischten Schaltung macht es immer Sinn, sich zunächst den Ersatzwiderstand der Parallelschaltungen zu bestimmen. Ersatzwiderstand bedeutet, ich schaue mir an, wie groß ist der Widerstand von dieser Parallelschaltung. Das ist der Widerstand R34. Anschließend habe ich ja hier die drei Widerstände R1, R2 und diesen neu gebildeten R34 in Reihe, sodass meine Schaltung ihren Schrecken verliert, weil wir aus der gemischten Schaltung eine Reihenschaltung gemacht haben. Der Reihe nach. R34 ergibt sich zu einem Ohm. Da gibt es im Tabellenbuch eine Formel, die für zwei Widerstände gibt. In unserem Fall haben wir allerdings zwei gleiche Widerstände. Dann ist die Formel noch viel einfacher. Dann müssen wir einfach nur einen der Widerstände nehmen und geteilt durch die Anzahl der Widerstände teilen. Das bedeutet, zwei geteilt durch zwei gibt ein Ohm. Rgesamt ergibt sich dann, wie eben schon gesagt, zu 12 Ohm, also die Reihenschaltung. Die Ströme I sind 0 Ampere. Da haben wir auch darüber gesprochen. UF ist sowieso 0 Volt. Ähnliche Erklärung wie in der ersten Schaltung. US ist allerdings jetzt 12 Volt, weil die gesamte Spannung an unserem Schalter abfällt. Unser Schalter bekommt von hier negatives Potenzial und von hier positives Potenzial. Es fließt kein Strom, keine Spannungsabfälle. Also entsprechend 12 Volt. Die Spannungsabfälle an den Teilwiderständen sind, wie eben schon ausgeführt, 0 Volt. Kommen wir wieder zu unseren Potenzialen. Die Potenziale sind genau wie US letztlich 12 Volt an allen Messstellen. Die Schöpfung, die Schöpfung, die Schöpung, die Schöpfung, die Musik, die Essen, der Schöpfung wird. Untertitelung des ZDF, 2020